Und damit willkommen zurück zu Oxenfree. 10 Uhr hatten wir gerade eben und wir laufen mal jetzt hier durch die Höhle. Macht mal die Alex noch ihre kleine Handy-Kamera an, äh, ihr Handy-Licht an, damit wir überhaupt was sehen. Und Jonas ist hier reingelaufen vor uns. Mal schauen, ob wir ihn wiederfinden. So, die erstaunlichen Kletterkünste beweisen wir mal hier wieder. Hopp. So, hier hoch. Eine sehr schöne Soundkulisse, muss man sagen. Das ist ganz cool. Ich entschuldige mich auch jetzt nochmal für die, äh, etwas magere Video-Qualität beim letzten Mal. Ähm, war etwas, naja, aber, ja, muss mich erstmal wieder einfinden. Müsste jetzt aber im Laufe der nächsten Videos auf jeden Fall besser werden. Ich hab da ein bisschen was gedreht. Zumindest sind's jetzt beispielsweise auch. Es sollten jetzt immer 60 Frames auch sein. Da ich jetzt auch wieder mit Fraps aufnehme, mit dem Nvidia-Aufnahme-Tool hat das nicht so wirklich funktioniert. Ist ein bisschen schade. Aber, was soll man machen? Okay, jetzt sind wir hier. Warum würde ein Mann hier einen Ashtray bringen? Oder eine Pinn? Und ich versuche auch ein wenig schneller voranzuschreiten. Um, ja, vielleicht, ich hab auch überlegt, die Folgen etwas kürzer zu gestalten. Okay. Okay. Warum hast du es nicht gewonnen, ohne mich zu warten? Sie schade mich. Was hast du denn noch gemacht? Ich bin sorry für mich zu gehen. Ich dachte, ich dachte, ich hörte jemanden hier. Aber, du sagst, es gibt es nicht. Aber ist dieser Ort nicht unglaublich? Ich meine, ich weiß gar nicht, wie das, wie das passiert. Nein, es ist, äh, es ist schön. Schön. See? Das ist was ich hörte. Es ist, äh, 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 es ist. Kind of? Ich weiß, wo es kommt. Was könnte das sein? Echows? Sohn der Ozein, die Bauen aus den Buren? Das ist mir, ich verletzte Geologie. Es gab eine Lichter hier irgendwo. Ich will noch sehen, was er macht. Es muss nur weiter in sein. Oh, wie ich hier in die Glocke geholt habe, um dich zu holen. Könntest du auch viel davon machen. Ja, und ich meine, schau, wenn es cool ist, dann können wir die anderen. Und wenn es nicht, dann gehen wir einfach. Was ist davon aus? Ist es Eis? Ich weiß nicht. Die Schleuchten sind kalt, aber nicht alle. Was? Wow, wie ist das... Siehst du das fliegende, ähm, Triangle-Licht-Thinge? Ähm, ja. Ja, da oben. Ja. Ja, da oben. Ja. Die, ähm, existieren, oder? Ähm, die Triangle-Licht-Thinge? Es sieht nicht wirklich aus wie ein Schleuch von Licht, Jonas. Es sieht aus, als ob jemand ein Forschungsprojekt fliegt da. Ich glaube, das ist alles, wenn du diese wunderschöne Signale in den, ähm... Was versuche ich zu sagen? Ich glaube, dass du diesen kleinen Mann in den, irgendwie. Wow. Ich denke, dass es alles gleich ist. Wirklich? Du denkst? Definitiv. Probierst du das Radial. Vielleicht ist das wie eine Frequenz oder so. Ich glaube, dass es keinen Effekt hat. Ja, eine gute Idee. Vielleicht wird es tanzen oder twitzen oder so. Ähm, außerhalb des, ähm, Triangle... Das ist ehrlich gesagt, das wunderschönste. Wie, wie hat es überhaupt in den? Und ich meine, außerhalb von etwas Wasser-Dammage, ist es nicht wirklich so schrecklich. Was soll man hier noch stehen? Saw the man, but not the dog. Saw the man, not the dog. What the craft does that mean? A guy, who can't see dogs? Did you see the first time? See a man about a dog? Yeah, I don't get it either. Was ist denn der Hund? Okay, machen wir mal Radio. Alex, wirklich? Ich will sehen, was es tun wird. Na ja, auf jeden Fall Musik kriegen wir hier auch noch. Ah. Ja. Oh mein Gott. Ist das... Ist das... Ist das... Ist das... Ist das... Você... Ist das... Ähm... Ist das... Not? Ich kann es nicht so hören, was ist... was ist... Ist es... was ist? Ich muss ja nicht zu weit weg. Jonas? Hallo? 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 Was? Was? Es wird nicht möglich sein. Ich weiß nicht was ich meine. Ich kann nicht. Ich lasse, meine Freunde. Sehen Sie bald. Alex! Wo ist man denn jetzt? Einfach mal im Ozean. Gut. So geht's auch. Ja, das war das beste Treffen, das wir ja hatten. Das Bild. Wunderbar. Ja, da bin ich schon mal gespannt, wo das jetzt noch hinführt. What the fuck war das denn? Das mit der alten Dame zu tun? Und dem Militär-Base? Alex! Alex! Vielleicht ist das eine halbe wissenschaftliche Basis auch. Und wie kommen wir jetzt da hin? Alex? Bist du okay? Bist du okay? Ich... Ich glaube so. Ich weiß nicht. Gott. Ich sehe... Ich sehe okay? Ich sehe. Du ist... Ich sehe... ...wähl. Ich sehe. Ich sehe. Ich sehe. Ich werde nur ein bisschen auf das... Ich weiß nicht genau, was passiert da hinten. Ich sehe, was passiert da hinten? Ich sehe, was passiert da hinten. Ich weiß nicht, dass das eine alte Bekannte Tauer. Ich weiß nicht, dass ich das nicht kreuz, aber ich möchte einen Ja, ja, okay, okay. Du denkst, ich habe uns hier irgendwie teleportiert? Wenn ich einen Tenth machen könnte, würde ich nicht haze den neuen Kind. Ich würde einen Bank robben. Vielleicht ist das dein Wochenende. Strasse deine Fingern, die Comtower hat als ein werkendes Walkie-Talkie oder so. Wo ist alle anderen? Wren, Clarissa. Ich habe keine Idee. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt wissen, dass etwas passiert. Was ist das eigentlich? Das weiß ich auch noch nicht. In 1988 wurde es designt Hardin Tower für ihren langen Tenured Radioman, Major Richard Dick Hardin, der seit acht Jahren als Kommunikations-Officer gearbeitet hat. Von 1941. Okay. Okay, jetzt auf jeden Fall der Radio-Communication-Tower. Und der hatte einen sehr langen, äh, Werder. Und die haben hier mit Wellen gearbeitet. Radiowellen. Und haben damit einiges getan. Wie Sicherheitszüchter für die Türen. Und Mikrowellen für uns Geschirr zu spüren, oder? Ach, keine Ahnung, so genau habe ich das jetzt nicht verstanden. Könnt mir ja mal eure Interpretation in die Kommentare schreiben. Wäre mir angenehmer gewesen, wenn wir das hier beim Hochgehen hätten hören können, oder? Ging ihr das? Nein. War das schon langer Weg. So, da sind wir oben. Wunderbar. Mal gucken, ob wir die anderen empfangen irgendwie oder kriegen. Nicht mal die Clarissa. Guck mal, ob wir da reinkommen. Ah, es ist geschlossen. Lass mich versuchen. Und was genau kannst du machen, außer es zu spüren? Oh, du wirst es sehen. Was ist die Ausführung? Die Ausführungen von einer unabhängigen Kindheit? Das ist keine Ausführung. Okay. Der versucht jetzt seine Lockpick-Künste. Wir gehen einfach mal durchs Fenster. Hm. Wenn du Dinge willst, den einfachen Weg zu machen, dann sicher. Ja, sicher. Ja, sicher. Tada. Kein. Yo. Kamerator. Ingenieur. Mal gucken, wo das Radio geht. Okay. Gehst du jetzt nicht von uns? Nein. Ich denke, jemand war da. Aber ich weiß nicht. Warnung. Keine 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 Warnung. Neuer Freunde. Keine Warnung. Ja, eingele90 Euro für die Löcher, ja stimmt. Keine Warnung hier. Anschneises actionn, leber. Krass, das fließ所, wenn wir uns üENTiotesten waren. Aber du weißt, wenn die Fenster mich auf Verlust, dann geht es nicht wirklich um Vertrauen. Es gibt einen Telefon, aber... ... es gibt eine Noten hier. Es ist kein Telefon. Bitte dialt die Stationkode für Service. Es ist nicht passiert, dass es ein Kode gibt, würde es? Nein. Ist das jetzt nicht? Ja, ich habe nicht abgedrückt. Okay, hier ist... Ach, was? Wieso klingelt das jetzt? Kommunikations-Tower? Alex? Alex? Oh, Jesus Christus! Danke, Vishnu! Ich... 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 Ich habe keine Ahnung, was passiert. Ich wuchs vor 15 Minuten. Ich... Ich sah das Licht an in der... ...ähm... ...tower-Thinge. Hey, wüsstest du, dass es nach einem Mann namens Dick Harden ist? Wirklich? Wie haben wir uns vorhin gehört? Es ist ein Kode, geschrieben auf dieser... ...Liste hier. Aber es ist kein normales Telefon. Ich kann mich nicht anrufen. Ich bin, äh... ... auf der Wegstation oder was auch in den Wald. Es war... ... wie... ... das Schlimmste. Warum... ... wie... ... hast du überall rausgekommen? Wie... ... wie ist er denn da hingekommen? Nein! Wie ich gesagt habe... ... ich muss mich überraschen oder... ... ich weiß nicht, wie ich hier endete. Warte... ... ich... ... ich... ... ich... ... das ist die andere Linie. Vielleicht ist es wie ein Nachtwahrer oder was... ... oder... ... oder... ... oder... ... oder... ... oder was? Hallo? Kann es sein, dass es drei Türme gibt und dass jedes dieser Dreiecke in der Höhle ein Turm war? Klarissa? Und Jonas ist mit dir. Natürlich ist er. Klarissa? Okay, look, Klarissa... ... Wren ist auf der anderen Linie... ... und er sieht aus wie er ein Stubtow weg von einem totalen Verlust... ... also wenn du es auf jeden Fall zusammenkommst... ... warte, 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 warte... ... ich bin in Fort Milner... ... und ich kann nicht... ... ich kann nicht... ... die letzte Stunde... ... und es ist wirklich schrecklich aus mir. Ich versuche jemanden, aber... ... ich bin in einem Raum mit Radio-Stuff... ... das kann... ... es sagt sie kann Kontakt Kamina... ... aber ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert... ... kannst du einfach hierher kommen und das mit mir herausfinden... ... ich weiß nicht, ob ihr alle seid... ... ich will einfach... ... ja, sicher... ... wir werden da in einem Moment... ... okay... ... einfach... ... okay... ... ich weiß nicht... ... ich höre... ... ich höre... ... was... ... ja, leg einfach auf... ... und es stirbt... ... ok... ... alle weg... ... ja... ... ich glaube... ... das wäre zu einfach... ... du sagst Clarissa, wir kommen... ... also... ... willst du einen Truck über den Milner... ... sehen Sie über die Radio... ... ich meine... ... Clarissa... ... es kann sein... ... aber... ... du musst... ... das Bitter mit der Süße... ... ja... ... machen wir das mal so rum... ... ich glaube... ... letztes Mal war ich echt... ... erst... ... zu Ren gegangen... ... ups... ... ah ok... ... da hoch... ... wie habe ich denn die Map... ... aufgemacht... ... hä... ... Map... ... geh zu... ... ah... ... kann ich das nochmal benutzen... ... ok... ... das Telefon ist... ... tot... ... was ist das für ein Herzschlag... ... was ist das für ein Herzschlag... ... all righty then... ... oh jetzt hört die Musik ernst... ... du 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 du... ... geh mal runter... ... mich wundert bis heute... ... dass es kaum einer der großen... ... Lesplayer... ... sich mal... ... gegeben hat das Spiel... ... dabei ist das wirklich ziemlich cool... ... finde ich... ... weiß nicht wie ihr das seht... ... aber... ... es kann ziemlich spannend... ... sein... ... zuck... ... dann mal noch runter... ... boah dieser Weg hier runter... ... ne... ... so... ... dann mal unten... ... kommt Ren auch noch... ... äh... ... nicht Ren... ... Jonas... ... ein bisschen Musik... ... okay die Musik ist auch cool... ... ne... ich bleib bei der Musik... ... so... ... und ich würde sagen... ... jetzt gehe ich noch hier durch... ... und dann... ... speichert das Spiel... ... glaube ich aber auch von alleine... ... Harden Tower... ... achso... ... ja... ... gut... ... dann gehen wir jetzt hier lang... ... und das müsst ihr jetzt speichern... ... und somit könnten wir hier jetzt einen Cut setzen... ... weil wir sind schon viel zu selber der Zeit... ... aber... ... wie gesagt... ... bei dem Spiel muss man das so machen... ... das geht nicht so wirklich... ... viel anders... ... und ich... ... tue ihn gern mittendrin... ... unterbrechen... ... so... ... ich glaube jetzt... ... hat er gespeichert... ... so... ... würde ich sagen... ... bleiben wir hier... ... und ja... ... bis zum nächsten Mal... ... tschau...